Die Bielefeld-Verschwörung. Bielefeld gibt es doch. Willkommen bei der Bielefeld-Verschwörung. Bielefeld gibt es doch. Ja, ihr seht, wir haben wieder das Licht angeklipst. In Bielefeld ist immer blauer Himmel. Und heute haben wir einen besonderen Tag, nämlich eine Zusammenarbeit, eine Kooperation, wollen wir euch vorstellen. Die Bielefeld-Verschwörung und die Bielefeld-App. Ja, wir haben hier den Mario von der Bielefeld-App. Er ist der Lizenzinhaber der Bielefeld-App. Und wir wollen eine Kooperation schließen von der Bielefeld-Verschwörung. Bielefeld gibt es doch. Und der Bielefeld-App. Und ich möchte Mario fragen, was ist das Besondere an der Bielefeld-App? Ja, hallo Christian. Die Bielefeld-App ist das digitale Stadtportal von Bielefelder für Bielefelder. Rund um die Themen, was ist in Bielefeld los, wo kann ich hingehen, was kann ich unternehmen. Mit über 380 Partnerfirmen, über die ich mich erkundigen kann, welche Angebote die haben. Wir haben durch die Bielefeld-App drei Kanäle. Einmal unseren Facebook-Kanal, einmal die App und einmal die Homepage. Erreichen über 200.000 Menschen im Monat. Und das Ganze ist eine Community und dient dazu, Image aufzubauen, Bekanntheitsgrad zu erreichen und zu wissen, was im Bielefeld los ist. Super. Und da passen wir natürlich auch gut rein. Das haben wir beide festgestellt. Und wir wollen uns alle 14 Tage dort mit einem Film vorstellen und immer wieder mal einen neuen Impuls bringen. Und ich denke mal, Bielefeld ist so eine interessante Stadt. Und da werdet ihr das eine oder andere noch mehr entdecken, wo ihr sagt, da fahre ich jeden Tag dran vorbei. Hätte ich doch gar nicht gedacht, dass es sowas gibt. Und das in Bielefeld. Bielefeld gibt es doch. Die Bielefeld-Verschwörung. Bielefeld gibt es doch. Wenn du mitmachen willst, würden wir uns auch riesig freuen. Melde dich. Vielleicht hast du neue Ideen oder Anregungen oder tolle Gegenstände oder Dinge, die unbedingt die Leute erfahren sollen, die es in Bielefeld ja angeblich nicht gibt. Bielefeld gibt es doch. Fandest du den Film gut? Dann würden wir uns freuen, wenn du bei unserem Sponsor, der Allianz im Siekerwahl, jeden Freitag einfach mal sich einen neuen Film einschaust. Und wenn du Bock hast auf ältere Filme, dann bei YouTube. Und drück auch die Glocke, dann kriegst du alle Infos von uns. Die Bielefeld-Verschwörung.